Jeder ist erleuchtet, aber die meisten Leute, die werden nie wissen, dass sie schon erleuchtet sind. Und sie wissen nicht, dass sie schon erleuchtet sind, weil sie sehr viel Müll in ihrem Verstand haben. Und es ist so, dass wir dazu neigen, uns mit diesem ganzen Müll zu identifizieren. Und bei den meisten Leuten ist der Müll so dick, dass wir nie zu unserer inneren Erleuchtung, zu unserem Wesen gelangen. Und eine der Dinge, die wir hier versuchen in der Gemeinschaft, ist einfach nur jetzt hier zu sein. Einfach nur präsent zu sein. Und wenn du präsent bist und die Teller wäscht, das ist genauso gut, als wenn du in einem spirituellen Treffen präsent bist. Und wenn du präsent bist beim Boden wischen, ist es genauso gut. Es ist egal, wo du präsent bist. Das Wichtige ist, ist einfach wirklich hier zu sein, wirklich präsent zu sein. Und wie die meisten von euch wissen, ist also hier präsent zu sein, da kann man nicht mit dem Müll in sich identifiziert sein. Weil es ist ja gerade die Identifizierung mit diesem ganzen Müll, was uns daran hindert, wirklich hier zu sein. Das ist die spirituelle Arbeit, die hier in der Gemeinschaft geschieht. Und es geschieht nicht nur in dieser Art von Treffen. Es geschieht nicht nur zwischen mir und irgendjemandem. Es geschieht zwischen jedem. Und das ist die Kraft von einer Gemeinschaft wie dieser. Und das ist die Kraft von einer Gemeinschaft wie dieser. Und das ist die Kraft von einer Gemeinschaft wie dieser. Entschuldigung. Vielen Dank.